Servus Leute, herzlich willkommen zu SEO Lost Song. Wir waren stehen geblieben, mitten in diesem Gespräch. Sehr gemanerkannt, ich weiß, aber Vorproduktion und so weiter. Ihr wisst, das ist erst die Folge 3 in der Vorproduktion. Also wir sind noch ein bisschen entfernt vom Goal. Ach ja, weiter geht's mit dem Gespräch hier. Da ist sie, die legendäre Seven. Ah, das ist sie, der Name. Alle, ihr seid gut? Seven ist sehr gut. Seven ist auch sehr gut. Seven ist auch endlich in den neuen Bereich. Wir sind auch sehr gut. Wir haben einen neuen Titel. Das war so großartig. Ich werde dich in Schamrock! Baaaka! Du kannst dich nicht in Schamrock geben! Du bist sehr gut. Ich dachte, dass du so viele Leute so viele zu tun hast... Du bist ein Idol! Du kannst auch so schön und so ein Lied. Du bist der超-Ten才. Die Japaner denken da vielleicht ein wenig anders. Oder ich denke da einfach anders. Können wir in die Kommentare schreiben, ob ihr das Wort attraktiv bei einer 12-4 nutzen würdet. Blöde Frage eigentlich. Das ist eine berechtigte Frage, oder? Ich meine, das ist die Übersetzung, die offizielle. Aber lassen wir das. Egal. Es gibt verschiedene Elemente, die aufgrund der Gespräche bezeichnet haben, und sie haben nur so viele Fans gemacht. Das ist die Musik-Frau. Das ist auch ein bisschen. Ja, das stimmt. Das ist ein wenig, das Menschen zu wählen. Das ist ein wenig, das zu wählen. Aber das ist... Kirito... Na, der da neben dem Mann. Der Mann... Das ist ein ziemliches Handball. Ich fühle mich sehr auf. Ich möchte mich mal mit dem Mann. Oh, das wäre noch keine gute Idee mit Mann neben Seven. No comment. Oh, das ist eine gute Idee. Naja, sie ist ja auch nicht wirklich eine aktive Spielerin, sie kommt ja nur in diese, nach Alfheim Konzerte zu geben. Den Rest macht ihre Gilde für sie. Boah, die 30 der besten Hunde-Spieler. Es ist ein bisschen, in was? Und zwar, die beste Hunde-Spieler sind... Okay, danke fürs Gespräch, war cool, danke. Können wir gerne wiederholen. Der heiße Typ. Äh, Straya, du bist einfach... Ah, nee. Das ist ein Mann mit der Kugel, die mit der Kugel hat. Eugene hat in der Duell-Spieler hat sich in diesem Sumeragi gebeten. Das ist der Eugene-Schogun? So... Ah, das ist der Sumeragi, das ist der Seben-Chan, der 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 Seben-Chan, der der größte Vertrauen ist. In dieser Story, in Gameverse, gab es das Duell Kirito gegen Eugene ja nie. Weil Asnani gefangen war in Alfheim und dementsprechend ist diese Story-Entwicklung dann nie gegeben hat. Ah, eine der besten Charakteren in der Slausung. Und daher nicht spoilern, wer sie ist. So, haben wir das gehabt? Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir erst gucken müssen, wo es was gibt. Wir sehen da oben nur ein blaues Leuchten, kein orangenes. Das ist also wieder mal ein bisschen anders. La 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 la, la la la, la 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 la. Ah, hallo! Ah, ah! B-bikrisch. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. S-sum-massen. Ehto, du? B-bikrisch. B-bikrisch. A-bikrisch. Ich bin ein Freund von Kirito. Ja, es gibt eine sehr wichtige Geschichte von Kirito. Ah, was? Ich habe mich schon überrascht, aber... Kirito ist... was ist das von Kirito? Was? Es ist egal. Ich habe mich schon überrascht. Wenn du in der Stadt bist, ist die Wahrheit sehr hoch! Wenn du zu kaufen oder zu kaufen, zu kaufen oder zu essen oder zu essen, wirst du so zusammen sein? Ja, das stimmt. Ich habe mich nur geholfen, aber... Sch... 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 Missverständnis vorprogrammiert. Das ist... Ich habe mich mit dir, dass ich mich mit dir in den Kirito. W... 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 Ich habe mich in der Zeit geholfen, weil ich die Hand erhielt. Ich habe mich in der Zeit gesehen, wie ich die Hand erhielt. Aber ich habe mich in der Zeit, Rifa, die Kirito anzunehmen. Ich habe mich in der Zeit geholfen. Bitte sagen Sie mal. Kirito ist... ... die Rifa... Moment, Rekon. Was ist das? Ich bin nicht so schwer, ich bin nicht so schwer. Ich bin nur auf der Kiel-Fa-Fa-Fa-Fa. Ich bin nicht so gut, Rekon. Ich bin nicht so gut, Rekon. Ich habe etwas Verrug, aber Rekon ist meine妹. Rekon ist meine妹. Ihr? Ihr kommt jetzt auf die Kiel-Fa, oder? Das heißt, Kirito-san ist Suguha-chan's O-Nii-san? Ja, das ist so. Ah! 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 O-Oi, Reiko, was du? Ich bin... Ich bin... O-Nii-san! Hä? Das ist ja der Moment, wo ich umdrehen würde und sage, okay, gut, jetzt wirst du mir zufriedig gehen. Jetzt wird's mir zufriedig gehen. Maseka Kirito-san ist Suguha-chan's O-Nii-san. Da hättest du halt mal nachgefragt, noch irgendwas anzunehmen, du Idiot. Ah, ich habe was gemacht. Ich will das, wenn ich es wieder zurückkomme. Hä? Ha? Ha? Soll ich nicht zufrieden. Ich habe mich nicht zufrieden. Aber ganz ehrlich, ich kenne das auch. Das ist ein bisschen relatabel. Nein, nein, das ist nicht so. Soll ich nicht. Das ist nicht so. Das ist, was ich weiß, was ich weiß. Das ist, was ich weiß, Reiko. Ah, ja. Aber ich weiß, dass ich mit Suguha-chan's O-Nii-san bin. Und ich weiß, dass du das- Was längst mache ich oder jemand. 칙? Ich bin ein Freund selbst... Ja, eben. Soll ich mich mit Suguha 와서 sehr gut fürs Besuch haben40al. Spaß. Nein, 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 nein. Das ist der Vogel, strange. O, Oni-sama? Kiritoki einfach. Warte, warte! Ja, Mann. Darauf hab ich nur gewartet. Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste nur nicht mehr genau, wie lange das noch hin und her geht. Schöner Tritt in den Rücken von Lifa. Ich bin gleich. Läkon, was du sagen? Ich bin gleich. Ich bin sehr schön. Was du sagen? Was du sagen? Du hast du nicht genug, wie du. Das ist besser als ich. Was? Läkon, was du nicht verletzt? So... So... SGUA-chan, ich bin echt. Wurzai! Ich habe gesagt, dass ich das ganze Welt der Namen nicht so heiße, zu sagen. Gah! Das ist so schwierig. Wir sind zwei, die gut sind. Herr... Ihr seid? Das ist nicht so. die Gute sind vielleicht ein bisschen eiersüchtig in dem Moment das hätte ich übrigens für eifersüchtig falls ihr mir was anderes denkt Nachricht lesen wir doch gleich mal Mr. Bruder Sir oh Gott du und Liefer ihr seid so toll keine Sorge ich werde euch immer nur schützen gute Nacht so ähm hemm da hemm da hemm dann heißt es jetzt wirklich mal schön auf Erkundung gehen waffentechnisch können wir ja verbessern brauchen wir es nicht unbedingt Quest neue annehmen wir haben da noch welche speichern könnt ihr mal kurz machen zwischendurch why not wenn ihr grad da sind können wir auch mal schnell speichern aber auch in einem anderen Slot vorsichtshalber falls irgendwas Dummes passiert ist wir wissen ja nie manchmal ist ja äh OBS ein wenig interessant sagen wir es so so gehen wir mal zurück zur Wieseninsel Vogelinde und suchen uns ein bisschen was was wir machen können jetzt haben wir nächsten Punkt bekommen nämlich geradeaus da hin müssen wir nämlich ja ich pushe jetzt ein bisschen Story weil wir eben so wenig davon haben was wir tun können was wir tun können was wir tun können was wir tun können jetzt ist es nicht so wir hatten ja gesagt weniger Action aber hey das gehört halt dazu wie gesagt es kommt noch genug Action es wird nicht immer so weitergehen dass wir von einer Lama-Szenen zum nächsten kommen der Plot verdichtet sich Leute so langsam wird es langsam wird es spannend Wenn du dich aufhörst, dann lass ich dir mit dir helfen. Das ist aber schnell, aber ich habe etwas zu hören. Wir haben dieses Gerät, aber ich weiß nicht, ob du einen Hinten für die Bewegung wirst? Ja, das ist aber so. Das Gerät war so. Das Gerät war so. auch wenn Kirito sich wirklich ein bisschen mit Seven beschäftigt hat, eben wegen der Forschung und allem, aber hier nutzt er das natürlich aus, um den Typ zum Reden zu bringen, was natürlich sofort wunderbar funktioniert, weil die alle strunzen dämlich sind. Also was können die unterwegs war am Parking dann mitnehmen. Ja, vielleicht nicht unbedingt welche die abhauen. Ich hasse sowas. Bleib da. Stell dich deinem Tod. Ist ja so ein bisschen wenigstens Gameplay drin, ist ja nicht. Die ganze Zeit Labarababa. Oh, da ist ein Roter. Ist das einer von den... Ich weiß, es gibt auch noch Momente, wo so stärkere Varianten die leuchtet denn richtig böse Rot. So. Ach, das Ding ist das. Sie meinen. Hinein in den Dungeon. Das ist ein richtiger Dungeon. Da ist ein... Hm? Also eine Truhe. Gibt mir eine Giste hier. Giste. Ein Dolch. Oh, ist das für Chinon. Die kann ja Dolche nutzen. Diese扉 開かないよ. Hallo, Klein. Da ist es so, dass es nicht so ist. Aber in der Lage ist, dass es noch nicht so ist. Klein? Vielleicht... Oh ja. Oh ja. Da ist es so, dass es hier ist. Wie convenient. Das war's für heute. Ich glaube, es gibt auch die Angelegenheit, die es in den Dachdaten gibt. Es gibt auch die Angelegenheit, die in den Dachdaten zu verändern. Ich denke, dass ich mich über diese Angelegenheit in den Dachdaten habe, dass ich mich über die Angelegenheit habe. Ciao, Freunde.